Löwenzahn Ohne Strom kein Mixer! Und da ist er, der Moment, wo mit einer Menge Pyrotechnik das Niederspannungskabel per Hand gekappt wird. Schnipp, schnapp, Kabel ab. Hochgradig, lebensgefährlich. Weder mal einen gravierenden Filmfehler entdeckt. Kleiner Filmfehler. Und ich lese mir manchmal so Listen mit Filmfehlern durch, um zu gucken, ob es was Interessantes gibt, was ich übersehen habe. Da stehen dann Sachen wie Filmfehler. Das ignoriere ich dann meistens. Filmfehler. Es ist eigentlich ein unspektakulärer Filmfehler, aber die Suche danach hat Spaß gemacht. Und ist das nicht der wahre Sinn des Lebens? Nicht das Ziel, sondern der Weg dorthin? Filmfehler. Filmfehler. Somit ist es kein Filmfehler. Bastard. Voll der Filmfehler. 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 Und hier ist wieder ein kleiner Filmfehler. Filmfehler. Und hier ist ein Filmfehler. Denn wie Sie, werter Zuhörer, sich merken sollten, das ist voll der Kontinuitätsfehler. Kontinu ... Kontuni ... Eisverkehr ... Anschlussfehler. Ihr seid Amateure, sucht euch einen neuen Job. Das ist nicht so schlimm, das entgeht der Aufmerksamkeit des gewöhnlichen Zuschauers. Aber trotzdem ist das ein Filmfehler. Ah ... Diese Fragen haben mir mal wieder und wie immer keine Ruhe gelassen, bis ich Antworten gefunden habe. Und die sind sogar recht interessant. Diese Szene wird jetzt nicht nur elektrotechnisch, sondern auch auf ihre pädagogische Sinnvollhaftigkeit geprüft. Also jetzt noch nicht, das hier ist nur ein Teaser. Ich arbeite noch dran. Also, bis demnächst. Oder auch nicht. Tschüss, bis dann. Ciao.